Hallo zusammen, das ist Sibyl vom SELA und im heutigen Video geht es um eine Wildobstpflanze, die leider noch nicht so bekannt ist. Es handelt sich um die Felsenbirne. Die Felsenbirne ziert Stadtgärten, Gärten, aber auch Hecken. Es ist ein sehr wertvoller Wildobstbaum, doch die wenigsten wissen, dass diese Früchte genießbar sind. Viele denken, sie sind giftig und das ist eigentlich schade, weil diese schmackhaften kleinen Früchte haben einen feinen, heidelbeerartigen Geschmack. Und wenn man die vier bis zehn Kerne, die darin enthalten sind, verbeisst, dann macht sich zuerst ein leicht bitterer Geschmack bemerkbar im Mund und dann folgt ein wunderbar bitter-mantiges Aroma. Dafür verantwortlich sind die sogenannten cyanogenen Glykoside. Und diese, da kommt vielleicht oder da wird vielleicht im Meer her, dass diese Beeren giftig sind, können, wenn sie im Übermass genossen werden, zu Magenverstimmungen oder leichter Übelkeit führen. Wenn man sie hingegen massvoll genießt, passiert da rein gar nichts. Das Einzige wäre, wenn man kleine Kinder hat, dass man ihnen wirklich nicht erlaubt, einen ganzen Baum leer zu essen, weil das könnte dann wirklich zu Bauchbeschwerden führen. Durch das Erhitzen der Beeren geht dieses cyanogene Glykosid kaputt. Oder man sagt eben auch, die Blausäure, die da in den Kernen enthalten ist, die zerbricht. Und nachher ist es absolut kein Problem mehr, diese Beeren in Form von Konfitüre, Schlee etc. zu essen. Diese Bäume oder Sträuche gehören zu den Amalanchier-Arten. Sie sind Pflanzen der frühen Sukzession. Das heisst, wenn irgendwo eine Überschwemmung, ein Brand oder sonst eine Umweltkatastrophe passiert ist, siedeln sich diese Pflanzen sehr rasch an und ziehen dann Tiere, weitere Pflanzen, aber auch Pilzarten nach sich, um quasi die betroffene Stelle wieder urbar zu machen. Es gibt rund 20 dieser Amalanchier-Arten. Eine ist in Europa heimisch ursprünglich, die anderen kommen alle aus Nordamerika. Aufgrund dieser Tatsache, dass sie Boden urbar machen kann, wird, oder ich nehme an, das ist aufgrund dieser Tatsache diese Pflanze im Englischen gerne auch Serviceberry genannt. Und man findet sie häufig in Unterpflanzungen. Sie kann zwischen 20 cm und 20 m hoch werden. Das heisst, es gibt einstämmige Pflanzen, es gibt mehrstämmige Sträucher und es gibt etwa 20 cm hohe Büsche, die dann wirklich als Bodendecker den Boden gut versorgen und abdecken, damit die Feuchtigkeit zurückgehalten werden kann. Die Rinde ist meistens grau und glatt, manchmal auch so ein bisschen gescheckt. Und die Blätter sind landsättlich bis elliptisch. Die Blüten im Frühjahr erscheinen endständig an den Trieben und bilden Büschel von 4 bis 20 schneeweissen Blüten. Es ist eine wunderbare frühe Nahrungsquelle für Insekten und deshalb ein wirklich sinnvolles Wildobst zum Pflanzen im Garten. Die Beeren reifen dann auch relativ früh, meistens im Juni bis Ende Juli. Und wer diese wirklich selber nutzen möchte, der ist empfohlen, den Strauch mit Netzen etwas zu schützen. Weil diese Beeren, die werden heiss geliebt von den Vögeln. Das heisst, man kann auch die heimische Vogelwelt wunderbar unterstützen mit der Pflanzung einer Felsenbirne. Bei uns hört man häufig auch den Namen Kupferfelsenbirne. Das deutet darauf hin, dass die Blätter im Herbst wunderbar kupferrot werden, bevor sie abfallen und den Boden dann mulchen. Verwechseln könnte man die Felsenbirne mit nur ganz wenigen Pflanzen. Eine davon ist die Aronia. Die Aronia hat jedoch dunklere Beeren und aus meiner Sicht, wenn man eine Aronia-Beere in den Mund nimmt, ist die, wie man auf Englisch so schön sagt, Tart. Das heisst, es wirkt sehr stark abstringierend und sie ist wirklich auch fast sauer, auch wenn sie ganz reif ist. Eine weitere Variante ist die sogenannte Heckenrose oder Lonicera. Diese erkennt man jedoch, dass auch im Reifenzustand die Beeren knallrot sind. Und diese wären sehr giftig. Also von daher wäre es wichtig, dass man das nicht mit einer Lonicera verwechselt. Die Beeren der Felsenbirne, die werden dunkelblau bis fast schwarz. Es gibt eine einzige Sorte, welche keine dunklen Beeren macht, das ist die sogenannte Belladonna. Und diese hat eine Beere oder entwickelt eine Beere, die ist fast pink. Wenn man diese kleinen, ich sage jetzt mal 0,5 bis 1,5 cm grossen Beeren durchschneidet, dann ist das ganz interessant, dann weist sie genau dieselbe Struktur auf, wie wenn man einen Apfel quer durchhalbiert. Und das zeigt uns sehr schön, dass Apfel und Felsenbirne in die gleiche Familie gehören, nämlich in die Familie der Rosengewächse oder auf Lateinisch die sogenannten Rosazeen. Die Beeren liefen reichlich sekundäre Pflanzenstoffe. Dazu gehören zum Beispiel die Flavonoide. Das sind ausgeprägte Antioxidantien, welche uns helfen, die unsere Zellen vor freien Radikalen zu schützen. Sie helfen uns aber auch, Entzündungen zu vermeiden und Gefässe und auch Herz gesund und elastisch zu erhalten. Die Beeren enthalten aber auch eine grössere Menge an Magnesium, Kalium und Eisen. Das ist wiederum wichtig für gesundes Blut, aber auch zum Beispiel für einen gesunden, tiefen Schlaf und nicht zuletzt für eine optimale Funktion von Herz, von Nerven und Muskelsystem. Dazu kommen in dieser kleinen Beere auch nennenswerte Mengen an Vitamin C und Pektin. Pektin ist ein für uns sehr wichtiger Ballaststoff, welcher eine positive Auswirkung hat auf unser gesamtes Mikrobiom. Ja, wie kann ich jetzt diese Beeren konsumieren? Entweder, wie ich vorhin, frisch vom Strauch. Das ist natürlich immer eine gute Variante. Man kann aber diese Beeren, welche leider sehr schnell reifen und dann zu Boden fallen, auch wunderbar konservieren, zum Beispiel in Form von einer Konfitüre oder, ich glaube auf Hochdeutsch sagt man Marmelade. Dafür nimmt man ca. 600 Gramm Beeren, etwa 300 Gramm Zucker. Man stampft dann die Beeren etwas zusammen mit dem Zucker und bedeckt das Ganze mit Wasser. Einfach so viel Wasser, dass die Beeren knapp bedeckt sind. Hinzufügen kann man auch noch den Saft einer halben Zitrone. Und was ich persönlich sehr gerne mag mit dem bittermandligen Aroma der Felsenbirne, ist Vanille. Ich gebe daher immer noch einen Vanillestängel zu dieser Mischung. Das Ganze kocht man dann auf und lässt es am besten über Nacht stehen. Streicht es dann am nachfolgenden Tag durch ein Sieb und lässt es dann nochmal kochen, solange bis an der Kelle ein sogenannter Breitlauf entsteht. Und dann wird die Marmelade abgefüllt in sterilisierte Gläser. Übrigens, wenn der Vanillestängel entfernt wird, kann man den kurz mit kaltem Wasser ausspülen, diesen trocknen und wenn man dann mehrere Vanillestängel verwendet hat, zum Beispiel auch aus der Vanillecreme oder so, kann man diese mahlen. Und dann brauchen wir zum Beispiel über einen Birchelmüsli oder in einem Teig, um noch etwas mehr Vanillegeschmack hinzuzufügen und unser Serotonin etwas zu stimulieren. Genau wie die Konfitüre oder auf dieselbe Art wie die Konfitüre, können wir natürlich auch einen Gelee herstellen. Dann streicht man die Beeren am besten nicht nur durch ein Sieb, sondern filtert das Ganze ab mit einer Gasewindel. Drückt das Ganze dann etwas aus und auch hier kocht man es ein, bis ein sogenannter Breitlauf entsteht. Was übrigens wichtig ist, wenn die Konfitüre oder auch der Schlee in ein Glas abgefüllt ist, dass man diese Gläser ganz kurz, so circa für 30 Sekunden bis eine Minute auf den Kopf stellt und dann wieder zurückdreht. So können auch Deckel, die eventuell nicht ganz so sauber sind, vor allem wenn man sie mehrmals verwendet, gut desinfiziert werden. Eine weitere Variante, wie man diese Beeren verwerten kann, ist, indem man einen Likör herstellt und da werden vorzugsweise Felsenbeeren mit Gassis, das sind schwarze Johannisbeeren, gemischt. Häufig nimmt man da 100 Gramm Felsenbeeren, 100 Gramm schwarze Johannisbeeren, mischt das mit 100 Gramm weissem Candice-Zucker oder normalem Zucker und füllt das Ganze dann auf mit 4 Deziliter Wodka. In der Flasche, die wird dann regelmässig gedreht, lässt man diese Mixtur circa 3 bis 4 Wochen an einem warmen Ort stehen, am besten nicht im Sonnenlicht und dann wird das Ganze abgefiltert. Danach sollte der Likör auch in sauber sterilisierte Flaschen abgefüllt werden und noch weitere 3 bis 4 Wochen ruhen dürfen, damit er so richtig schön vollmundig und rund wird. Danach ist er bereit zum Verzehr. Ich habe heuer auch Konfitüre auf ähnliche Art und Weise gemacht. Ich habe nämlich nicht nur reine Felsenbeeren genommen, sondern ich habe 300 Gramm Felsenbirnen, 200 Gramm Gassis und 100 Gramm rote Johannisbeeren gemischt und einen Schlee hergestellt und auch der ist wunderbar lecker geworden. In diesem Sinne hoffe ich, das hat euch so ein bisschen inspiriert, wirklich diese tollen Früchte dieser vergessenen Wildobstart mal zu kosten. und wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Like und wenn du keine der Folgen verpassen möchtest, abonniere doch unseren Kanal. Bis bli! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.